Heute hat Gil Vincente gegen Sporting 1-2 verloren, Tore sind 37. durch Fuyomoto, Vorlage durch Kahn-Valves, 3-18 durch Guataz, soviel er auch in der 91. Minute durch das 2-1 mal, das Spiel so gesagt hat er mit dreht. Puro hat die Vorlage gemacht, natürlich sind sie erst mit 8 Punkten Vorsprung, obwohl die beste Spieler schon seit langem verloren haben, aber einer wird ja hier zum gefühlten Fernandes 2.0, der spielt die ähnlichen Positionen, macht keine viele Tore, 14 Tore, ey der, der machte einfach genau den Move, den letztes Jahr Bruno Fernandes gemacht hat, der wohl noch da war. Der wurde einfach Torschütze und Vorlagegeber bei dem, obwohl der seit ein halbes Jahr nicht gespielt hat. Sogar, der hat überall eins. Oder, der hat nur ein halbes Jahr gespielt hat, wie man hier sieht. Okay, das ist einfach krass.